Aktiv und gesund mit Antenne Mainz, euer Gesundheitsblog. Muss ich das jetzt tun? Dieser Satz kam so gut bei euch an, dass wir viele Fragen zum Thema Stress und Zeitmanagement bekommen haben. Oftmals kam der Wunsch nach einer konkreten Übung, um Stress abzubauen bzw. mal nicht nachzudenken. Viele von euch stehen unter Dauerstress und die Gedanken rattern von morgens bis abends. Uns fällt es mittlerweile immer schwerer abzuschalten und die Freizeit mit Freunden, Familie oder unseren Kindern zu genießen. Oftmals leiden wir auch unter Einschlafproblemen, da der Kopf keine Ruhe geben möchte. Hierzu habe ich heute eine schöne Übung für euch dabei, mit der ihr euren Geist trainieren könnt, um etwas ruhiger zu werden. Hierzu bitte ich euch, solltet ihr nicht gerade im Auto sitzen, eure Augen zu schließen und euch folgende Frage in Gedanken zu stellen. An was möchte ich als nächstes denken? Beobachtet, was in eurem Geist passiert und wiederholt diese Frage noch einmal bei geschlossenen Augen. An was möchte ich als nächstes denken? Ihr werdet feststellen, dass ihr ein paar Sekunden lang an absolut nichts denkt und einfach mal im Hier und Jetzt seid. Dies könnt ihr super machen, wenn ihr abends nicht einschlafen könnt oder einfach mal Ruhe braucht und ihr werdet merken, dass die Zeit der Leere irgendwann immer größer wird. Viel Spaß also beim Nichtstun und Abschalten. Euer Chris Schwarz von Aktiv und Gesund. Euer Gesundheitsblog mit den Fitness- und Gesundheitsstudios Aktiv und Gesund in Mainz und Umgebung. Habt ihr Fragen an Christian oder wollt einfach mehr Infos zum Thema, dann klickt euch rein auf antenne-mainz.de. Vielen Dank. Vielen Dank.